Halt, Geld. Da liegt wahres Geld auf dem Boden. Das muss nur umgewandelt werden. Ich weiß nicht, was wir davon haben, dass ich hier hoch kann. Außer, dass es cool ist. So, will ich jetzt auf die warten? Vielleicht. Der macht einen Moonwalk, fantastisch. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine rückwärtski-Animation haben. Wir haben zumindest keine. Ich vermute mal, die auch nicht. So. Die Frage, warum die das vorher nicht gefunden haben. Oder so gemacht haben. Dass sie mir einfach hinterher gelasht sind. Okay. Ist halt die Frage, falle ich da jetzt nochmal runter mit Absicht? Ich würde sagen, ja. Ja, können wir machen. Könnte man eventuell machen. Weil das mit den Stacheln... Ich befürchte mal, das mit den Stacheln wird in meinen eigenen Ohr ganz ein bisschen blöd kommen. Ah. Ich springe da mal rüber. Wo auch immer die wieder hin sind, ne? Interessant, dass auf der Karte angezeigt wird, dass das oben noch weitergeht. Aber es ist anscheinend... Okay, das ist hier so. Okay, da geht es wieder nach oben. Alles klar, wir müssen da so oder so hin. Ah, okay. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich verstanden, wie sich die Stacheln bewegen. Das ist nicht nach dem, wo man gerade selber ist. Oder gewesen ist, sondern das ist einfach der Reihenfolge nach. Interessant. Ob interessant gleich gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist interessant zumindest. Also muss ich quasi so wegrennen, dass sie hinter mir sind und immer in den Stacheln stehen. Also genau das. Also genau das hier. Fantastisch. Das war doch gut. Ah, das war überhaupt nicht gut. Ah. Oh, wie hart die sind, ne? Wollen wir doch immer die angreifen. Wie auch immer die angreifen. Wollen wir das hier nur ein Auge haben, ne? Das ist also... Das wäre mir zu blöd. Na, komm. Ja, ich kann ja auch anderes besiegen, weil... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich auch nicht. Aha. Ah, das ist gut mit dem Bogen. Mit der Verlangsamung. Wow, okay. Hab ich jetzt Feuerpfeile oder was ist das? Ich glaube... Sagt zumindest sehr exklusiv aus gerade. Ne, ist zu, ne? Ja. Ach, das ist natürlich nett. Ein interessantes und nettes Feature. Gibt's ganz gerne mal, das gefühlt eine größere Menge an böse Gegner ist, aber es wird quasi Landschaft bereitgestellt, die das Beseitigen einfacher macht. Landschaft bereitgestellt. Also... Na, hier, Dingels. Es gibt Möglichkeiten. Äh... 200 Schaden. Wow. Äh, ich soll wirklich mal heilen. Ganz dezent. Das war ein bisschen... Das war gerade sehr knapp. Das war gerade äußerst knapp. Ja, die andere Heilung ist effizienter. Na, Kiste, wo bist du? Ah, ist doch tot. Du wirst dich immer gegen die Wände hauen. Ist toll. Wow, hab ich... Hab ich die Fledermaus verwirrt. Sehr gut. Ich kann das. Ich bin ein echter guter Beschwörer. Total gut. Held in Haft. So. Ich hätte nochmal gerne hier, Ogelords. Haben die da einen eigenen Namen jetzt oder was? Hier steht überall kleine Spindel, Kobalt und sowas dran. Und hier steht Ogelord Beschwören extra dran. Ich weiß nicht, warum. Warum das extra vermerkt werden musste, dass es ja eine Beschwörung ist. Tja. Kann man wahrscheinlich auch niemand erklären. So. Ähm... Das sieht uncool aus. Ich meine, es sieht aus, als ob man da eventuell mit sehr viel Hoffnung rüberkommen könnte. Aber es sieht nicht spaßig aus. Nicht so wirklich überzeugend. Ähä. Okay, es gibt... Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Okay, also man muss hier letztendlich runter. Wow, okay. Ein echter Schlüssel. Hat er getroffen? Nee, ne? Warum hat er nicht getroffen? Ich fein macht 52, äh, hier, irgendwie 65, ne, 62 Schaden. Wenn er denn trifft. Was nochmal ein Träumchen wäre. Man merkt, dass es Fährenkampf ist, ne? Ich treffe genau dann in dem Moment, wo das Ding vor mir steht. Ne, ich glaube, oben wäre sonst tatsächlich nur Loot-mäßig was gewesen. Ich weiß nicht, ob er dann wieder hochkommt, vielleicht. Ah. Okay, das war schlecht. Es kommt aufhören, wenn die Sachen alle auf verschiedenen, äh, Tasten sind. An verschiedenen Stellen. Ich bin mal faul. Als ob ich sie jetzt draufhauen würde. Ah. Guten Tag. Du auch. Meins. Bisschen Faulheit, ne? Okay. Ist der verwinkelt? Ist der unnötig? Äh, okay. Warte mal. Okay, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, der geht doch bestimmt dann die Tür auf. Ja, witzig. Witzig. Au. Au. Das wird ganz blöd jetzt. Ich würde die gerne übernehmen können. Ich würde sie sehr gerne übernehmen können. So, viel zu wenig hier. Ich renne mal weiter da oben. Das Problem ist, ich habe jetzt vier. Vielleicht sogar noch mehr hier. Jetzt fahr hoch. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wow, okay. Ist das da unten der Schalter jetzt, oder was? Fährt das Ding jetzt hoch und runter? Na, lass mich durch. Ah. Wann passiert das denn? Au. Ja, wow. Ah, ich bin falsch. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ja, das war ein bisschen blöd. Dann bleibt ihr mal. Ihr kommt einfach weg. Ich frage es trotzdem, wie geht das Ding an hier? Nicht, dass da irgendwo was drinne ist. Gut, dass man die Schaltflächen halt sieht. Ich meine, irgendwas schaltet ja, ne? Ah, ha, ha. Warum können wir das Ding eigentlich noch nicht steuern? Das ist doch doof. Äh. Hier verbannen. So. Frage ist halt. Aua. Ist hier irgendwo ein Schalter drin, ne? Da ist ein Schalter. Ist das genau hierfür? Nein, Mist. Mist. Ha. Ey, was für eine gemeine Stelle. Was für eine gemeine Stelle. Tschüss. Medikon hoch. Mist. Jetzt kommen sie nicht mehr hoch. Boah, ey, was für eine Stelle. Mimics, ne? Immer das gleiche mit denen. Fieses Zeug. Du weißt, was fieses Zeug. So. Eben mal das gleiche. Stimmt, man kann sich auch bewegen. Das ist immer noch ein ziemlich cooles Feature, auch wenn ich das nie benutze. Zumal der Bildschirm ist eigentlich zu klein, dass das Feature sinnvoll ist. Aber es geht und das ist cool. Es wurde dran gedacht, dass man das ein bisschen customizen kann. Ja, customizen ist eine besondere Art der Meisen. Die kommen aus dem Ludismus, wo es den Kasten gibt und sowas. So. Nein. Bitte möge er nicht im Weg stehen. So. Ach, jetzt fährt man komplett hoch, oder was? Ja, witzig. Wieder auf die Höhe hoch, wo man denn vorher war. Ah. Alles klar. Ich lasse sie einfach mal stehen. Ist mir doch egal, ob da noch eine Kiste drin ist. Mit was Sinnvollem. Ah, ein Shop. Ja, was macht er auch hier? Was macht er denn hier oben ganz, ey? Oder hier mittendrin? Ja, dann. Klar. Ich glaube, dann sollten wir Freunde werden, weil ich wäre... Ich bin halt der Einzige hier, ne? Ja, Schutz vor Gift interessiert mich nicht. Leben interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Was mich alles nicht interessiert, ne? Das ist krass. Reparieren. Oh, zack. Das ist halt ein bisschen das Blöde als Beschwerer jetzt. Man hat halt nicht so wahnsinnig viel Auswahl bei der Klamotte, die man dann trägt. Das ist als Krieger dann noch ein bisschen was anderes. Als Magier ist es halt, glaube ich, noch ein bisschen beschränkter. Mimik-Spruchrolle. Oh ja, sehr gut. Oh ja. Gegenzauber ist mir egal. Oh, Mimiks, ne? Können wir hier das Inferno aus? Ne. Ah, die Mimiks selbst haben können. Das ist super. Das werden meine neuen Go-To-Viecher. Das wird lustig. Warte mal. Ich muss leider einen verbannen hier, ne? Äh. Ich meine, es wurde auch mal Zeit. Wie? Ah, puh. Ich muss nur noch lesen. Ah. Ah. Da. Da, jetzt. Ah. Hoppala. Hatte ich was vergessen? Hahaha. Oh. Hatte ich was? Okay, man kann nur eine von haben. Boah. Boah. Was wird das denn gerade, ey? Habe ich das einfach vergessen? Hahaha. Sehr gut. Ich habe nur keine Mana mehr, ne? Ah. Ich gehe noch mal ein paar Meterchen weiter. Ob da noch welche ist? Ich hätte gerne welche. Ich denke mal, ich komme hier bald wieder raus. Bleibst mal bitte da. Ah, Mist. Falsche Taste. Au. Hau ich die anderen Mimiks halt nicht. Ähm. Ja. Okay. Da muss irgendwas drauf liegen. Ah. Kann ich das bitte ablegen? Wie lege ich Sachen ab? Einfach hinziehen, wie praktisch. Ah, so fies hier. Aber interessant, ne? Was es hier... Ah, alles in den Rätseln gibt. Die benutzen sich, ne? Ich kann die nicht benutzen. Also ich kann die nicht übernehmen. Ähm. Schön, dass die da rumstehen. Wie viel die aushalten. Die halten echt eine Menge aus. Guten Tag. Bleiben die sitzen? Die bleiben ja sitzen. Ich hätte gerne Mana. Ich hätte gerne Mana. Für alles. Das geht schnell. Okay, das übernehmen geht schnell. Fantastisch. Die sind schon recht hart, die kleinen Wölfe. Schwarzer Wolf oder wie auch immer... Was auch immer das... 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 Das wir welche sind. Okay, das wollte ich nicht tun. Warte mal. Äh, habe ich irgendwie was Kleines zum Basteln? Da. Sehr gut. Erstmal alles wegknüßt man hier. Zu dem Feuerlarschen haben wir auch höchst selten mal benutzt jetzt, ne? Meist haben wir nur vorher gemacht und nicht gelöscht. Ah, Mana. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber... Ne, ich... Ich baue mir mal selbst eins. Mal gucken, wie lange das dauert. Au, da geht's raus. Ah, okay. In den Winter. Wäre jetzt interessant, ob die sich auch zur Truhe macht. Wenn ich einfach stehen bleibe. Ob die dann immer keinen Bock mehr hat. Ob die sich dann einfach verwandelt. Aber hübsch sind sie ja nicht, ne? Ne, hübsch sind sie echt nicht. Okay, da brauche ich die Wolfe aber nicht zerlegen. Auch wenn die ein bisschen Erfahrung bringt. Ah, mach ich aber nicht. Ah, okay. Oder Mimik. Mimik räumt auf. Sehr gut. Mimik räumt auf. Das passt. Okay, nicht komplett, aber doch ganz gut. Sehr schön. Hat eine Menge Schaden gemacht. Macht halt auch Flächenschaden, ne? Oder hat halt eine gewisse Reichweite. Das ist natürlich ein Träumchen. Wow. Schützt mich mal selber. Unheimlich viel. Pixies. Warte. Das geht halt auch ganz gut. Sowas für Gift habe ich jetzt nie selbst benutzt. Nie selbst sinnvoll. Boah, Mimik macht echt viel Schaden. Und jetzt hätte ich ja noch einen Händler. Wir können mal zurückgehen jetzt da. Wenn ich das alles hier verhauten können wollte. Könnte ich eigentlich machen. Ja, ach komm. Machen wir das mal. Wie die paar Zentimeter. Die gehe ich nochmal zurück. Halt. Sehr gut. Woher mal der Kerl war. Ich hoffe mal, ich komme da wieder hin. Das war doch direkt hier unten, ne? Ne. Ah, das war vor den Wölfen. Ernsthaft? War das da noch hinter, oder was? Dann gehe ich da halt nicht hin. Neuer, oder was? Okay. Wo kam der denn jetzt neuer? Wollte mir meinen Mimik denen aufgabelt. So, aber. Nur, dass wir geheilt werden. Wie cool dann auch die Lebenspunkte da rumfliegen. Also nice. So, so richtig neue, krasse Zauber haben wir aber nicht bekommen jetzt, ne? So richtig neue Zauber in dem Sinne. Dass man da wie, was weiß ich was, irgendwelche neuen tollen Funkelorgien machen könnte. Okay. Ach komm. Was albern. Hab ich halt Selbstschutz bei mir? Genau. Genau dafür sind die. Um halt nervige Gegner einem vom, vom, vom Hals zu halten. Na komm. Ich treffe doch nicht mit dem Bogen. Ah, so. Siehste? Ich treffe ja super. Ich treffe überhaupt nicht. Die schönen ganzen teuren Pfeile. Gib mir, gib mir einen Heiltrank. Hattet ihr vielleicht einen Heiltrank? Ja klar. Ja klar. Ich danke euch. Ich werde euch zu den Toren des Totenreichs führen. Doch abgesehen davon, ich fürchte, ich bin eine Gefahr für euch. Ich sollte, glaube ich, kämpfen. Ich sollte, glaube ich, kämpfen.